Für mich persönlich ist das einfach zu wenig Update. Apple hat rund um den iPhone 16 Launch ehrlich gesagt drei große Probleme und mich wundert es, warum einfach niemand darüber spricht. Ich kläre dich jetzt auf. Okay, aufklären war jetzt ein bisschen komisch. Naja, also es geht auf jeden Fall um die iPhone 16 Probleme, die jetzt schon Stand sind. Und ehrlich gesagt, beginnen wir doch mal mit dem für mich persönlich größten Problem. Denn das ist das Thema künstliche Intelligenz. Ja, Samsung hat das S24 Ultra als AI-Phone vermarktet und auch Google hat bei den Pixel-Modellen schon ziemlich viel künstliche Intelligenz mit am Start. Während AI bzw. KI in aller Munde ist, wollte auch Apple ein Stück von dem Kuchen abhaben. Beziehungsweise werden sie auch haben. Das Problem, dass es jetzt aber beim iPhone 16 Pro und Pro Max geben wird und auch bei den Basismodellen, ist die Tatsache, dass sie dieses AI-Feature nicht überall ausrollen können. Ihr ahnt schon, was ich damit meine. Richtig, es ist mal wieder die EU. Beim iPhone 15 hatte man noch das Problem zu einem Vorteil gemacht. Die Rede ist vom USB-Typ-C-Anschluss, denn der war ja jetzt verpflichtend. Und Apple dachte sich, okay, wir verkaufen das als neues Feature. Und der Markt hat es so angenommen. Und auch ich muss ehrlich gesagt zugeben, für mich macht es im Alltag wirklich viele Dinge einfacher. Denn ich kann auf den Lightning-Anschluss verzichten. Aber kommen wir jetzt zum Thema künstliche Intelligenz. Denn weil die EU ja immer so skeptisch ist und allen gegenüber Vorbehalte hat und immer schaut, wie es irgendwie am besten ist, wird das zum Problem für Apple. Denn sie sind gezwungen durch diesen Digital-Pakt, dass sie ihr Betriebssystem öffnen. Das heißt, sie müssen Zugang für alle gewähren. Das hatten wir ja bereits beim App Store. Dadurch ist es ja auch jetzt möglich, andere Stores auf dem iPhone zu installieren, um ebenfalls Zugriff auf Apps zu bekommen, die man mit dem normalen App Store von Apple nicht hätte. Okay, das ist das Erste. Dann ist das Thema künstliche Intelligenz aber, dass man es ermöglichen muss, andere Sprachassistenten auf dem iPhone zu installieren. Das bedeutet, man müsste auch Googles bzw. den größten Konkurrenten von Apple, Google mit Gemini, ebenfalls auf dem Gerät zulassen. Und das möchte Apple natürlich nicht. Also lehnt man sich erstmal zurück und liefert das Feature mit dem optimierten Siri-Sprachassistenten jetzt erstmal nur in den USA bzw. in englischsprachigen Räumen, wo das durch das Gesetz nicht limitiert ist. Das ist ein ziemlich großes Problem, denn klar, ihr könnt mit iOS 18, was ihr mit den iPhone 16 Modellen dann bekommt, die Apps verändern, ihr habt hier und da echt coole Einstellungsmöglichkeiten. Aber das Feature, auf das wir alle warten, ist doch diese KI-Unterstützung im Alltag. Alles wird optimiert und wenn das durch die EU schon gedämpft ist, weiß ich nicht, wie cool das ist. Also hier muss man definitiv eine Lösung finden. Übrigens, ein Problem habe auch ich, denn ich möchte gerne 50.000 YouTube-Abonnenten erreichen. Das schaffe ich nur mit eurer Hilfe. Also abonniert gerne meinen YouTube-Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Daumen hoch und schreibt mir doch mal eure Meinung zu den Problemen von Apple gerne unten in die Kommentare, denn der Austausch ist das, was ich mit meinem Kanal erreichen möchte. Und machen wir weiter mit Punkt 2, denn das sind die fehlenden Innovationen. Wenn man sich mal anschaut, was wir alles mit den iPhone 16 Modellen bekommen, hierzu gibt es übrigens schon ein Video, fällt euch eine Sache auf, das ist nicht viel. Das iPhone 16 setzt weiterhin auf ein 60 Hertz Display. 120 Hertz ist das, was ihr selbst bei einem normalen 200 Euro Smartphone mittlerweile mit dabei habt. Das einzige Highlight an das iPhone 16 ist, dass die Kameras jetzt untereinander sind und dass ihr einen Action-Button habt. Ziemlich cool, wenn ihr überlegt, dass ihr dafür 1.000 Euro zahlen solltet. Für mich persönlich ist das einfach zu wenig Update, gerade im Vergleich zum iPhone 15. Hier hätte mehr kommen müssen. Und auch bei den Pro-Modellen sieht es irgendwie nicht besser aus. Das normale 16 Pro bekommt jetzt endlich den 5-fach optischen Zoom, aber ansonsten ist da gar nicht so viel. Ein haptischer Knopf, der es ermöglicht, die Kamera auszulösen bzw. zu zoomen, ist alles ganz schön, aber ist das ein so viel Geld wert? Und überlegen wir, ja, andere Hersteller machen vielleicht auch nicht die großen Sprünge, aber zumindest könnte man dort jetzt die KI nutzen oder es gibt noch mehr Bildbearbeitungsmöglichkeiten oder man versucht mit neuen Sensoren die Kunden irgendwie dahin zu bekommen, dass man sagt, yay, jetzt möchte ich das Smartphone haben oder vielleicht am Design etwas zu ändern. All das liefert Apple nicht und es wirkt ehrlich gesagt wie ein Stillstand und mit so wenigen Updates wird es echt schwer, selbst Kunden eines iPhones 14 jetzt zu einem 16er Modell zu bekommen. Und kommen wir dann zum dritten Punkt und das ist das Problem rund um die Fertigung, denn hier kommt es immer wieder zu Problemen. Beim iPhone 16 Pro und Pro Max möchte man die Displayränder noch mal schmaler hinbekommen. Das ist ja generell etwas Gutes. In der Fertigung kommt es aber zu Problemen. Probleme, die Brüche des Displays bedeuten, wodurch die Kosten und die Produktionskosten insgesamt einfach steigen und das muss ja irgendwo umgewälzt werden. Heißt, die Produktion der Geräte wird einfach noch mal teurer. Ein weiteres Problem war in den iPhone 15 Pro und Pro Max Modellen die Überhitzung des neuen Prozessors. Das hat man oft gemerkt. Jetzt möchte man das Ganze in den Griff bekommen, hat es aber immer noch nicht so ganz geschafft. Dadurch, dass der Prozessor im 3 Nanometer Verfahren gefertigt ist, liegt man zwar vor der Konkurrenz, das Ganze muss aber besser funktionieren, denn durch die KI, die zumindest in den USA mit dabei sein wird, muss die Rechenleistung erhöht werden. Noch mehr muss auf diesem Chip passieren und wenn die Wärme immer noch gleich bleibt, dürfte das vielen Kunden da draußen nicht gefallen. Und apropos Probleme, auch bei den Linsen scheint es wohl Probleme zu geben. Auch hier kommt es wohl öfters zu Brüchen, da man sich hier auch wohl auf eine neue Fertigung hat eingelassen. Und das sind alles Probleme, die für Apple in der Produktion wirklich schwer werden. Ihr merkt, das sind drei Bausteine, die Apple jetzt mit der iPhone 16 Reihe irgendwie bewältigt bekommen muss, damit das für den Endverbraucher nicht den Eindruck erweckt, als sei Apple irgendwie gar nicht mehr so gut. Ich bin gespannt, wie steht ihr zu den Problemen, die ich genannt habe. Habe ich übertrieben oder ist vielleicht wirklich etwas dran? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Wenn man geht, bleibt fair, bleibt gesund, macht es gut, bis demnächst. Euer Smartphone-Borger. Ich bin gespannt, wie steht ihr euch.